hallo und herzlich willkommen zu fit and food style berlinda willkommen mein happy fit blog und heute wird es knackig meine liebe ich freue mich dass du den weiten weg durch das world wide web zu mir gefunden hast denn ich habe selber gerade entburten vor elf monaten mit planen schon den ersten geburtstag unseres kleinen sohnes und ich freue mich darauf dich in der schwangerschaft davor zu beschützen wassereinlagerungen zu bekommen oder auch irgendwelche bewegchen die man sonst immer üblicherweise bekommt wenn man schwanger ist und da ist es ganz ganz toll wenn man da ein bisschen fit bleibt also alles was du dafür brauchst ist erstmal ein grünes licht vom frauenart oder von deiner hebamme und ein stückchen wasser irgendwo in der nähe und achte darauf dass dein puls nicht allzu hoch kommt wenn du merkst dass du zu hoch kommst mit deinem puls reduziere ein bisschen die belastung ansonsten brauchst du einfach nur ein kleines handtuch unten für den boden oder eine fitnessmatte wenn du eine hast zwei kurzhandchen oder zwei kleine wasserflaschen und ein handtuch und dann geht es jetzt direkt los mit dem warm up und wir starten marschieren auf der stelle die arme schwingen locker am oberkörper vorbei leicht angewinkelt ganz locker ganz locker heben wir die knie noch zehn neun acht sieben noch sechs fünf vier drei zwei eins und sidestep ganz kleine beugungen und wir kommen ein bisschen tiefer und mach das ruhig langsam wenn du möchtest nimm deine arme und unterstütze deinen bauch dabei halt ihn fest halte das baby fest streichel das bäuchlein ein bisschen dann folgt sich auch der kleine oder die kleinere drin wenn du schon weißt was es wird noch zehn neun acht sieben noch sechs fünf noch vier drei zwei eins super und die arme schwingen leicht links und rechts vorne vorbei und der blick folgt den armen ganz locker wir wärmen uns auf noch zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins und kommt zurück zur mitte und marschieren wieder locker auf der stelle noch marsch 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 noch fünf vier drei zwei eins sehr schön und kreis deine sprunggelenke ein wenig und zur anderen seite sehr gut und seinen wechsel findet eine balance und dann löst du dein bein und dann drehst du auch hier deine sprunggelenke jeweils zu jeden seite einmal ok und locker sehr gut ich drehe mich zur seite damit du die übung perfekt sehen kannst wir stärken unseren rücken wir machen heute sehr viel rumpenarbeiten und auch beine und oberkörper im grunde ist es ein ganzkörper training wir nehmen jetzt unsere kleinen kurzhändchen dazu wenn du keine hast dann einfach zwei wasserflaschen dazu ok und dann senken wir langsam den oberkörper ab das gesetz geht nach hinten die schultern sind weg von den ohren und die hände berühren die kniescheibe und dann kommen wir wieder hoch sehr gut damit stärken wir unseren rücken tief 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 und hoch sehr gut einfach die arme locker hängen lassen und hoch und tief 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 und hoch super damit stärkst du insbesondere deinen lendenwirbelbereich das brauchst du auf jeden fall mit fortschreiten im verlauf der schwangerschaft und auch danach weil das tragen des kindes das hat es auch wirklich in sich und tief 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 und wieder hoch super immer schön langsam und kontrolliert fühlst du die übungen aus und hoch gesetz geht nach hinten bauch ist fest spann immer den bauch an damit unterstützt du auch das baby und auch komplett die bauchwand und hoch super noch fünf mehr davon und hoch tief 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 und hoch drei stück noch super und die letzten zwei und hoch und der letzte langsam auch hier und kontrolliert und hoch super wir drehen uns wieder komplett nach vorne kreisen unsere schultern atme tief ein und aus sportender schwangerschaft ist absolut essentiell damit durchblutest du den körper mit ganz ganz viel sauerstoff die blutzirkulation findet statt du hast dadurch billige einlagerungen und auch heißhunger attacken kannst du dadurch auch auf jeden fall etwas besser in den griff bekommen und es tut dem baby auch gut und deiner mental stärke wird es auf jeden fall auch sehr sehr gut tun weil du weißt du hast was für dich getan okay dann gehen wir das nächste mal wieder tief 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 wir kommen hoch 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 hebe deine arme auf schulterhöhe und strecke die gewichte nach oben super overhead presses und kommen wieder tief 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 heute machen wir sehr viel rückenarbeit und kontrolliert die arme auf schulterhöhe und dann streckst du die arme und oben bleiben die ellbogen leicht gebeugt okay wunderbar und kommen wieder tief 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 langsam und kontrolliert und hebt die gewichte hoch super hoch 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 die gewichte berühren sich oben und wieder tief 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 bis unterhalb der kniescheibe und dann langsam und kontrolliert wieder hoch sehr gut hebt die arme auf schulterhöhe und jetzt die ellbogen bleiben leicht gebeugt schön und wieder tief 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 und dann wieder hoch super klappt die gewichte um und kommen nach oben wunderbar lächeln lächeln das merkt das baby und tief 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 und dann wieder hoch ausatmen ausatmen und hoch super sehr schön und die gewichte umklappen und wir kommen noch mal tief 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 und langsam kontrolliert wieder hoch super sehr schöne rückenarbeit und für die arme tun wir was komplett für den schulterhürtel das macht auch schön oberarme tief 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 und langsam wieder hoch super klappt die gewichte um und hoch damit wonderful okay umklappen noch drei mehr davon tief 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 und langsam kontrolliert wieder hoch klappt um und presse die gewichte zum himmel und wieder tief die letzten zwei super super und hoch schön und der letzte und langsam kontrolliert klappt um und streck dich sehr gut super dann mach dich locker 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 kreise in den schultern sehr gut legt die gewichte jetzt zur seite und wir nehmen jetzt das handtuch dazu greif das handtuch ungefähr an den beiden enden so dass du in deinem ellbogen gelenk ungefähr 90 grad hast und dann setzt du das handtuch hinten im nacken an so und dann machen wir einen torso twist du drehst dich komplett zur seite und komm langsam zur mitte sehr gut und zur seite zur seite zur seite und wieder komplett zur mitte sehr schön und zur seite super und komm zurück zur mitte eine schöne bewegung für unseren bauch auch und damit stärken wir auch insbesondere den oberen rücken und auch die seitlichen bauchmuskeln die seitlichen bauchmuskeln die lieben dazu dass wir das kind hier schön feste tragen können und sparen den bauch dabei an super und komm zurück zur mitte halt das handtuch gut fest wenn es hier zu viel ist leg einfach das tuch weg und dann steckst du einfach deine arme auf schulterhöhe und zur seite und zur mitte gut kommt zur seite und komm zur mitte sehr schön noch fünf noch vier noch drei noch zwei und der letzte sehr schön mach dich locker leg das handtuch kurz runter ab einmal kurz die schulter kreisen lockern 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 einmal nacken machen oh ja der nacken das ist immer so eine sache ok und jetzt nimm wieder dein handtuch spann das wieder richtig schön als hättest du einen besenstiel in der hand wenn du einen hast nimm den einfach und dann drehst du dich jetzt ein du nimmst die schulter komplett mit drehst das knie auch schön mit ein und dann hebst du das handtuch streckst es und wieder tief und komm zur mitte und zur anderen seite dreh auch hier deine hüfte wieder ein und strecke deine arme strecke das handtuch super und wieder tief mitte zur anderen seite und wieder das handtuch heben und wieder tief sehr schön und wieder zur anderen seite und twist 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 und wir schieben das gewicht das handtuch ist auch ein gewicht und komm wieder zur mitte super und andere seite hoch 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 und wieder tief sehr schön schöner torso twist und wieder tief super und noch viel mehr davon sehr schön wonderful und andere seite nimm schön die hüfte mit spann den bauch an bei allen übungen die wir machen führen wir immer langsam und kontrolliert durch und vor allem auch spannen wir den bauch jederzeit an und auch jeder schön das handtuch heben und wieder zurück wunderbar und legt das handtuch weg und lockern halse schultern und wir positionieren uns etwas weiter als schulterbreit und wir machen kleine baby squats von oben genau wunderbar gesäß geht nach hinten und die knie bleiben immer schön hinter den füßen hinter den fußspitzen und tief und tief und tief nur kleine von oben also praktisch das obere drüssel wir gehen nicht den ganzen weg super bauch ist fest noch 10 9 8 7 6 5 noch 4 3 2 1 unten bleiben unten bleiben und lösen super Runde 2 die Good Mornings schnapp deine Gewichte und wir kommen tief 10 9 8 7 6 5 Bauch ist fest 4 3 3 2 1 super wir kommen nach vorne und wir senken ab und klappen wieder die Gewichte nach oben tief 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 komm langsam kontrolliert hoch umklappen noch 9 8 noch 7 1 noch 7 1 noch 6 noch 5 noch 5 sehr schön noch 4 noch 4 3 und noch 5 noch 5 noch 6 Zwei. Und geschafft. Super. Leg die Gewichte zur Seite und schnapp dir wieder dein Handtuch. Spanne es wieder, leg es hinten im Nacken ab und dreh dich zur Seite. Links, rechts ist einmal. Noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, noch fünf, vier, noch drei. Drei. Super. Bauch ist fest. Zwei. Fast geschafft. Und der letzte. Kurze Pause. Leg das Handtuch ab. Schultern kreisen. Noch drei, zwei, eins. Leg es wieder hinten ab. Und dann heben wir gleich wieder unsere Arme. Dreh dich zur Seite, nehmen die Hüfte komplett mit und heb das Handtuch und wieder zurück. Einige Seite, hoch und tief. Super. Noch zehn Stück davon. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Hast geschafft. Die letzten zwei. Come on. Und der letzte. Super. Leg das Handtuch weg. Und wir kommen zu der Abschlussübung unserem Squats. Kleine von oben. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Halte. 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 Und lösen. Super. Kreise deine Sprunggelenke. Good Job heute. Zu jeder Seite. Wunderbar. Und langsam lösen. Finde deine Balance. Löse das rechte Bein. Und auch hier kreise. Vorsichtig dein Sprunggelenk. Sehr schön. Du merkst, du hast was getan. Das ist super in der Schwangerschaft. Öffne deine Arme. Die Ellbogen finden sich auf Schulterhöhe. Die Daumen zeigen nach hinten. Und ziehe richtig schön die Schulterblättern zusammen. Und dehne mal richtig schön deinen Brustmuskel hier vorne. Na ja. Dehnen. Und halten. Super. Und locker. Die kommen zum Gegenspiel. Aber kreuz deine Arme. Und strecke diese komplett nach vorne aus. Und jetzt ziehst du deine Schulterblätter kräftig auseinander. Und der Kopf bleibt dazwischen. Zwischen den Armen. Einfach mal kurz hängen. Und halte die Sehnung. Und atme schön rein in den Rügen. Und dann versuche zu entspannen. Schön. Und sobald es dein Bauch erlaubt, beugt dich ein wenig nach vorne. Lass die Arme hängen. Lass sie hängen. Zu Unterstützung kannst du einen, deine Knie ein wenig beugen. Von der Seite sieht das so aus. Beug deine Knie ein wenig. Und versuche dich ein bisschen hängen zu lassen. Um den Rücken zu entspannen. Super. Und komme langsam wieder nach oben. Kreise deine Schultern. Wenn du jetzt keine Balance hast, nimm mal ein Stuhl. Oder halte dich an der Wand irgendwo fest. Wir lehnen jetzt die beiden vor der Seite. Noch 3, 2, 1. Super. Setz das Bein auf. Und komme tief. Noch 3, 2, 1. Sehr schön lösen. Und andere Seite. Auch hier erstmal Balance binden. Und dann schnappst du dir das rechte Bein. Und dann hältst du diese Dehnung. Noch 3, 2, 1. Und langsam lösen. Setze die Ferse in den Boden. Und auch hier festhalten. Super. Das war unser Workout für heute. Wenn es dir gefallen hat, schenk mir ein Like. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann tue es jetzt. Dankeschön fürs Zusehen. Und mach's gut. Tschüss. Alle Linda. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.